Zwei ganz verschiedene Freunde. Leider hat die Bärensuche ja nicht so gut geklappt, Jakari. Macht doch nichts. Wir werden morgen am Fluss weitersuchen. Was ist das für ein Gebrüll? Schauen wir nach. Meinst du wirklich, Jakari? Meinetwegen. Das muss ein Ende haben und zwar ein für allemal. Das hoffe ich auch. Hey, warum streitet ihr denn? Der Wald ist doch schließlich groß genug für alle. Was? Wieso denn der Wald? Wovon redest du da überhaupt, Jakari? Ja, aber wenn es kein Streit um das Revier ist, was macht euch beide sonst so wütend? Ich will einfach nicht, dass sich der kleine Honigtau mit diesem Wolfsjungen abgibt. Wölfe und Bären haben nichts miteinander zu schaffen. Ganz egal, ob groß oder klein. Aber Papa, wir haben gar nichts Schlimmes gemacht. Das ist ungerecht. Wir wollen doch nur zusammen spielen. Nein! Nein und nochmals nein! Beruhigt euch doch. Streitet nicht weiter und jeder geht seiner Wege. Ich hoffe, die beiden werden sich beruhigen. Also bei denen weiß man das ja nie. Hoffentlich finden wir auch ein paar Bären, bevor der Regen losgeht. Oh, diese Büsche sind ein ganz tolles Geheimversteck für uns. Was ist das? Ich glaube, ich weiß, wer sich darin versteckt. Ich will einfach nicht, dass du dich mit diesem Wolfsjungen abgibst. Nein und nochmals nein! Haha! Du hast die Stimme von Fischbeißer genau getroffen. Aber ihr solltet vielleicht lieber zu euren Vätern zurückgehen, wenn ihr keinen Ärger wollt. Hä? Wieso denn? Wir machen doch nichts Schlimmes. Wir wollen einfach nur spielen. Na los, komm! Ja, wir finden ein besseres Versteck. Ja! Wir schaffen es, vor dem Unwetter ins Dorf zu gehen. Ja, Kari! Mein Honigtau! Er ist verschwunden! Was? Ja, Kari! Kleiner Hauer, ich habe überall gesucht und finde ihn nicht. Heute Morgen habe ich Sie am Fluss zusammen spielen sehen. Sie können nicht weit sein. Sie suchen ein Versteck, in dem Sie ungestört spielen können. Was? Und wo treiben Sie sich nun rum? Ganz sicher hat dein Bärenbengel meinen Jungen dazu verleitet. Unmöglich! Mein Junge macht so etwas nicht. Anstatt zu streiten, sollten Sie versuchen, Ihre Kinder wiederzufinden. Nein, an all dem ist nur kleine Hauer schuld. Du hast recht. Das darf so nicht weitergehen. Wir helfen euch, sie zu suchen. Oh, vielen Dank, ja, Kari. Du bist so anders als große Hauer. Was war das? Immer gibst du dein Bestes und hilfst deinen Freunden. Und du? Was machst du? Was willst du damit sagen? Die Suche könnte ziemlich schwierig werden. Ach was, so schlimm wird das schon nicht. Beginnen wir mit der Suche, wo ich sie zuletzt gesehen habe. Oh, nein. Sieh mal, da hinten. Dein Vater, er hat uns gefunden. Das ist nicht mein Vater. Das ist ein Vielfass. Die Kleinen sind ganz schön schnell. Schneller, sonst kriegt er uns noch. Los, schneller. Oh, nein. Hilfe. Hilfe. Ihr entwischt mir nicht. Na, wartet. Oh, oh, oh. Hier haben wir sie heute Morgen gesehen. Und sie liefen in diese Richtung. Also ich bin ganz und gar nicht einverstanden. Stell dich lieber der Wahrheit. Du weißt genau, dass ich recht habe. Du hast rein gar nichts. Hört auf damit und seht mal auf den Boden. Ihr zertrampelt die Spuren eurer Jungen, seht ihr nicht? Oh, du hast recht, Jakari. Ich werde in Zukunft besser aufpassen, wo ich hintrete. Wenigstens habt ihr die Fährte der beiden entdeckt. Sie wird uns schnell zu euren Kindern führen. Sie haben den Baumstamm als Brücke nutzen können, aber jetzt ist er durchgebrochen. Ja, natürlich, weil Honigtau viel zu schwer ist. Mein Kleiner hätte den Stamm doch niemals durchbrechen lassen, so flink und wendig wie er ist. Keineswegs. Die Schuld trifft nur kleiner Hauer. Sicherlich hat er meinen Kleinen angestiftet, denn so einen Unsinn macht er nicht. Das Wichtigste erkennt ihr nicht. Sie haben es geschafft, die Schlucht zu überqueren. Das heißt, dass sie noch leben. Es ist zu weit. Auch wenn ich viel Anlauf nehme, schaffe ich es nicht bis zur anderen Seite. Dann werden wir außen herum gehen. Wir nehmen ihre Fährte auf der anderen Seite wieder auf. Kommt mal her! Kleiner Hauer mag hier durchgeschlüpft sein, aber dieses Loch ist viel zu klein. Für meinen Armen hol ich auf. Willst du mich etwa beleidigen? Wir müssen uns beeilen, bevor der Regen alle ihre Spuren verwischt. So ein Ärger! Was sollen wir jetzt unternehmen? Hab keine Angst. Oh oh, jetzt bekomme ich auch noch Hunger. Solche Spuren kann nur ein Bärenjunges hinterlassen. Mein Honigtau ist darauf geklettert eindeutig. Sie waren anscheinend auf der Suche nach Honig. Sie hatten bestimmt Hunger. Darin ist kein einziges Tröpfchen Honig mehr. In diesem Bienenstock haben schon lange keine Bienen mehr gewohnt. Oh, die Armen müssen ja mittlerweile vollkommen ausgehungert sein. Ich habe ihre Fährte wiedergefunden. Das sind Spuren von einem Vielfraß. Er verfolgt sie und jetzt sind sie uns weit voraus. Oh nein! Ein Vielfraß kennt absolut keine Gnade, wenn er einen leeren Magen hat. Wir müssen die beiden unbedingt vor ihm finden, egal wie. Die Spuren unserer Jungs sind durch den starken Regen nicht mehr gut zu erkennen. Aber der Vielfraß ist um einiges schwerer. Seine Spuren sind tiefer. Darum verschwinden sie bei Regen nicht so leicht. Trotzdem sollten wir uns beeilen. Ich kann den Vielfraß sehen! Was hast du mit unserem Kleinen angestellt? Euren Kleinen? Ich muss nachdenken. Tut mir leid. Ich habe absolut keine Ahnung, wovon ihr da redet. Wir wissen aber, dass du sie verfolgt hast. Oh ja, ja. Jetzt erinnere ich mich wieder. Wir haben so ein kleines Wettrennen veranstaltet, aber nur so zum Spaß. Danach habe ich sie irgendwie aus den Augen verloren. Leider. Wartet! Ich bin sicher, dass der Vielfraß uns helfen kann, sie wiederzufinden. Hör zu! Also, es tut mir wirklich leid, aber ich habe heute noch nichts zu fressen gefunden. Und daher habe ich überhaupt keine Zeit, euch zu helfen. Siehst du diese Bären? Zeigst du uns, wo du die beiden Kleinen zuletzt gesehen hast? Sie gehören dir, aber erst, wenn du uns die Stelle gezeigt hast. Ja. Oh, folgt mir! Hier war es. Sie sind vor mir hergelaufen und auf einmal waren die beiden wie vom Erdboden verschluckt. Du hast Wort gehalten, also halte ich auch mein Versprechen. Hier, bitte vielfraß. Na los, hau schon ab! Und wehe, wir erwischen dich noch ein einziges Mal in der Nähe unserer Kleinen. Oder du kriegst es mit uns zu tun. Wie konnten die beiden hier nur so plötzlich verschwinden? Ah, da seid ihr ja! Wartet, ich helfe euch! Ja! Wir sind gerettet! Du musst dich an meinem Rücken festhalten. Na los, zieht uns rauf! Gut so, wir sind gleich oben! Seht ihr, wie viel leichter alles geht, wenn wir zusammenhalten? Ich bin ja so froh, dich wiederzusehen, mein Kleiner! Tut uns leid, wir hatten recht vor, uns in Gefahr zu bringen. Wir haben doch bloß ein geheimes Versteck gesucht, wo wir schön zusammen spielen können. Wir hatten genug von eurer ewigen Streiterei. Alles, was wir wollten, war einfach Spaß zu haben. Wir müssen uns entschuldigen. Ihr dürft miteinander spielen, wann immer euch danach ist. Ja, solange ihr uns immer Bescheid gebt, wo ihr spielen geht. Ihr seid alle herzlich in unsere Höhle eingeladen. Es gibt Johannesbeeren und Fisch. Genug, um jeden Einzelnen von uns satt zu machen. Danke, wir kommen gerne. Ja, Kari, kleiner Donner. Ich danke euch für alles, was ihr getan habt. Nehmt euch ein Beispiel an euren Kindern. Sie vergessen ihre Unterschiede und haben Spaß zusammen. Macht's gut, meine Freunde! Der unheimliche Pferdedieb Wir sind fast da, Regenbogen. Ich liebe es, Wildpferde zu beobachten. Wer zuerst das andere Ende der Wiese erreicht? Geht klar! Gewonnen! Hey! Wo sind die ganzen Wildpferde hin? Eigenartig, sonst ist das ihr Lieblingsplatz. Na los, wir schauen nach, woher das kam. Sehr schwer zu sagen. Da entlang. Von oben sehen wir viel besser. Wir müssen den armen Pferden helfen. Lass uns keine Zeit verlieren. Ein Jäger allein kann eine so schnelle Herde nicht fangen. Sie hat das nur geschafft, sie doch einzuholen. Er wird sicher alle fangen, wenn er so schnell ist. Er hat die Pferde in eine Falle getrieben. Hör auf damit! Habt ihr Kinder denn nichts Besseres zu tun? Die Fohlen sind viel zu jung, um sie von ihrer Herde zu trennen. Wir werden nicht zulassen, dass du sie fortbringst. Ich mache, was ich will. Geht woanders spielen! Wir dürfen ihn nicht einfach so gehen lassen. Und wehe, ihr folgt mir! Dann könnt ihr was erleben! Es wäre wirklich besser für euch, mir nicht mehr in die Quere zu kommen. Wie hat er das gemacht? Wir müssen die Fohlen retten, Jakari. Lass uns im Dorf Hilfe holen. Unsere Jäger werden da nicht mitmachen. Sie mischen sich nicht in die Jagd anderer Stämme ein. Ach ja, natürlich. Warte, ich kenne jemanden, der Pferde mehr als jeder andere achtet und uns sicher helfen wird. Wirklich? Erinnerst du dich noch an den Weg, kleiner Donner? Ja, aber sicher. Oh, wie schön sie doch sind. Regenbogen, darf ich vorstellen? Freies Pferd. Dieser wunderschöne Mustang heißt Freies Pferd? Hallo, Jakari. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Ich kann es sprechen hören. Es ist nicht mein Pferd, das da redet, kleine Squaw. Meine Freundin heißt Regenbogen. Du hattest versprochen, mein Geheimnis nie zu verraten. Es tut mir sehr leid, aber wir brauchen jetzt unbedingt deine Hilfe. Pferde sind in Gefahr. Ja, er muss da sein. Hoffentlich geht es den Fohlen gut. Dieser Jäger ist sehr schlau. Er schafft es, sich hier zu bewegen, ohne Spuren zu hinterlassen. Nein, sieh mal genau hin. Er hat Zweige benutzt, um seine Fährte zu verwischen. Wir reiten einfach seinen Wischspuren hinterher. Die Fohlen halten ihn auf und dann noch das Wischen. Das heißt, wir sind schneller als er. Das Pferd erkenne ich wieder. Der Jäger hat es geritten. Es war genauso braun. Wir haben ihn. Er ist allein. Aber wo sind die Fohlen? Ihr werdet mich nie erwischen. Wie kann er so schnell verschwinden? Ich hatte doch gesagt, ihr sollt mir nicht folgen. Hey! Ja, aber wie kann das sein? Da oben seht ihr? Ihr werdet mich nie erwischen. Das ist eine Falle. Schnell raus hier. Er will uns den Ausgang versperren. Bist du verletzt, freies Pferd? Nein. Ich verstehe nicht, warum dieser Jäger so unglaublich schnell ist. Ich auch nicht. Aber um ihn zu finden, reiten wir außen herum. Es ist zu spät, um der Spur noch zu folgen. Machen wir hier unser Nachtlager. Keine Angst. Wir holen ihn ein. Ich verspreche es euch. Aber wie sollen wir das nur anstellen? Er ist viel zu schnell für uns. Ich denke, das ist nur ein Trick. Der Jäger muss ein Geheimnis haben, das ihn so schnell macht. Ja. Genauso wie ich mich an der Flanke meines Pferdes verstecke und dadurch unsichtbar werde. Probier's doch mal aus, Regenbogen. Mhm. Du wirst es nie schaffen, solange du das benutzt. Du musst dein Pferd freilassen, um eins mit ihm zu werden. Toll, Regenbogen. Gibt es viele Frauen, die jagen? Wie war dein alter Stamm? Haben da die Squaws auch arbeitende Männer erledigt? Sie haben das Recht, alles zu sein, was sie wollen. Jägerin, Schamanin, auch eine Frau als Häuptling ist möglich. Oh, ein Stamm mit einer Frau als Häuptling. Zwei Pferden? Das kann doch gar nicht möglich sein. Dann sollten wir auch beide verfolgen. Wir haben gar keine andere Wahl. Wenn ihr ihn vor mir findet, gebt ein Zeichen. Ja, abgemacht. Aber was ist, wenn du ihn zuerst erreichst? Ich finde einen Weg, um euch zu benachrichtigen. Das Pferd. Es hat dieselbe Braunfärbung, aber es ist trotzdem nicht das Pferd von gestern. Sagen wir freies Pferd Bescheid. Geht mir eigentlich niemals auf. Ihr werdet mir nicht entwischen. Du bist ein Feigling, der sich an Fohlen vergreift. Du hättest mir lieber nicht folgen sollen. Was machst du denn da? Nein, lass ihn in Ruhe. Oh nein. Da, sieh mal. Das kommt sicher von freies Pferd, damit wir wissen, wo sie ist. Nichts wie hin. Der Jäger ist mir entkommen. Und das auch noch mit dem Fohlen und meinem Pferd. Keine Angst, den finden wir schon. Ich kenne Pflanzen, die deine Schmerzen lindern. Der Umschlag, den du mir gemacht hast, hat mir sehr geholfen. Aber jetzt mit dem schmerzenden Fuß. Bin ich keine Hilfe mehr bei der Suche nach dem Fohlen und dem Appalooza. Du solltest dich ein bisschen ausruhen. Dieser Jäger ist wirklich sehr listig. Es muss eine Erklärung dafür geben, dass er an zwei Orten gleichzeitig sein kann. Wartet hier. Ich komme bald wieder. Ja. Irgendwas stimmt da nicht. Ich weiß ganz genau, dass das Pferd des Jägers gestern keine weißen Ohren hatte. Du hast recht, Jakari. Da hinten ist er. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Wir dürfen nicht in eine seiner Fallen tappen. Oh, das erklärt alles. Diese beiden sind Zwillinge. Und ich weiß, wie wir die Fohlen befreien. Doch dafür müssen wir Regenbogen und freies Pferd holen. Schnell, ich habe einen Plan. Oh, ganz ruhig. Ein Wildpferd. Das müssen wir haben. Meinst du, dass es klappen wird? Keine Sorge. Großer Grauer ist sehr schnell. Du hast recht. Jetzt können sie uns nicht mehr an der Nase herumführen. Wir schließen uns freies Pferd an. Regenbogen wird uns finden. Sehr gut, Großer Grauer. Du machst das großartig. Gleich wird es drauf ankommen. Der zweite Jäger taucht sicher von der anderen Seite auf. Ja. Nur noch ein Stückchen. Gleich sind wir da. Ja. Schon wieder das Kind. Los, Großer Grauer. Vorwärts. Schnell jetzt. Schnell zurück zum Eingang des Tunnels. Ja. Ja. Reingefallen auf ihre eigene Falle. Ja. Und sie werden Tage für den Weg um den Berg brauchen. Mit deinen Fähigkeiten kannst du alles erreichen, Regenbogen. Du verstehst dich mit Pferden und kennst alle Kräuter. Du wirst Großes erreichen. Da bin ich ganz sicher. Dann lasst uns schnell aufbrechen. Die Fohlen vermissen ihre Herde. Mal sehen, ob sich alle Pferde meiner Herde anschließen wollen. Ich würde gut auf sie aufpassen, denn es soll ihnen nie wieder etwas passieren. Sie werden alle glücklich bei dir sein, freies Pferd. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.